So, guten Abend alle zusammen. Es ist mal wieder Podcast, meine Kerle. Hallo Hauke, hallo Jean. Hallo Micha, hallo Jean. Und natürlich alle, die gerade zugucken, live dabei, was wir für einen Unsinn machen. Oder die es irgendwann hören. Ihr seid alle gegrüßt, egal wo ihr herkommt. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Oder je nachdem, wann ihr das hört. Oder seht. Und für die Sehenden, vielleicht wird es heute besser und nicht so verpixelt. Wir haben was geändert. Vielleicht klappt es. Ja, mal schauen. Im Moment sieht es noch gut aus. Gestochen scharf wie schon seit langem nicht mehr. Ja, meine Güte. Muss jetzt auch mal werden langsam. Wie viele Podcast-Folgen? Wobei es ja auch erst in den letzten Folgen aufgetreten muss man sagen. Zweimal hatten wir es. Also letztes Mal war ich sehr stark verpixelt. Da waren aber bloß Micha und ich zu zweit. Und das Mal davor, da warst bloß du, Jean, sehr verpixelt. Also, ja. Wir haben viele Theorien, woran es gelegen haben könnte, aber... Also ein bisschen gepixelt bin ich immer noch. Du bist immer... Ich sehe auch wieder richtig schlimm aus heute. Heute sehe ich wieder richtig schlimm aus. Nein. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich bin gestochen scharf. Aber bei euch kommt das nicht so an. Es tut mir sehr leid. Naja, aber dafür hörte mich in HD. Den einen Zauberparameter, den ich da noch rausgefunden habe... Vielleicht einmal live anpassen. Vielleicht klappt das. Ich hab... Also, der Micha oder ich? Nee, das muss ich ja machen. Genau. Also, wo wir vielleicht gleich ins Thema einsteigen. Dinge, die wir gemacht haben. Also, ich hab heute so ein VDO Ninja aufgesetzt. Das ist diese Software, über die wir das machen. Das ist mehr oder weniger so eine Webkonferenz-Software, wo man seine Webcam freigibt und natürlich auch Ton freigibt. Und man kann, wenn man es will, auch noch irgendwie einen Bildschirm freigeben. Und das lässt sich hinterher relativ einfach in OBS, das ist diese Videostreaming-Software, die wir verwenden, einbinden. Und da gibt es diverse Parameter, die man angeben kann. Unter anderem auch so ein Parameter, sodass derjenige, der es in OBS einbindet, festgibt, welche Bitrate er gerne haben möchte. Und meine Theorie ist, dass da so ein Auto-Algorithmus drin ist, der meint, naja, so viel Bitrate brauchen wir jetzt gar nicht und darum sieht Jean jetzt so pixelig aus. Was steht bei dir rechts oben, Jean, bei der Bitrate, die du sendest? Bei mir steht witzigerweise auch nur 820. Also an den grünen Dingen. Wobei du mich in der Vorschau ja wahrscheinlich scharf siehst, oder? Siehst du mich scharf hier, wo wir uns sehen beide? Ja, das sieht gut aus. Na, sieht gut aus. Also, aber bei mir steht auch nur 850 raus. Also, ich frage mal, ob es an mir liegt, aber, na, meine Güte, na. Ja, ja, na, ja. Aber wenn wir nicht live sind, dann hatte ich 4,2 MB. Aber meine Güte, na, so ist das. Wer weiß. Immer, wenn wir live streamen, dann ist die Leitung schlecht. Ist, äh, ist schon schwierig, ne? Naja. Ja, gut. Ist auch nicht. Möchtest du mir mal den Zauberparameter irgendwo rüberschicken? Ähm, den, ja, ja, ja. Bin jetzt nicht so in der Materie. Bin ich auch nicht, aber dafür habe ich hier so ein wunderbares Schriftstück. Ja, der Franzis Web schreibt, verpixelt sein. Das Gefühl kenne ich. Besonders morgens beim Aufstehen. Das stimmt in der Tat, ja. Besonders am Sonntagmorgen oder sowas ist dieses verpixelt sein schon auch echt manchmal da, ja. Das stimmt, das stimmt. Da fühlst du dich einfach kantig. Richtig kantig. Hat man wieder viel zu viel hier in Richtung Minecraft geschaut, ne? Genau, ja. So ist das. Ja? Hat mich ja genug Upload gerade. Ja, daran liegt's nicht, ne? Daran liegt's auf jeden Fall nicht. Ähm, jetzt sehen wir alle scharf aus. Das finde ich gut. Gute. Jetzt sehen wir alle scharf aus. Einige haben eine sehr schöne Frisur, andere eher nicht. Naja, also ich habe heute Blöcke, äh, Blöcke genommen hier, ne? Ja. Das, ähm, einfach ist schöner an sich. Ja, genau. Jean, heute ohne Rendering. Hm. Ja, ja. Bei mir ist das Rendering heute ausgelassen. Ja, irgendwie ist das Hardware-Rendering bei dir ausgefallen. Ja, meine Güte. Man kennt's. Man kennt's. Was macht der nicht so dumm? Tja, Minecraft, ne? So ist das. Hier 10.000. Das muss an den Link ran, wie der Jean integriert ist. Ja, ja, genau. Hm? Also hab ich doch nicht. Ich weiß nicht, ob du jetzt 10.000 brauchst, aber... Oder dynamisch. Ja. Ja. Naja, so ist das eben. Ähm, während, äh, da, äh, noch etwas an der Technik rumgefeilt wird, äh, was haben wir denn so Schönes gehabt in der, äh, naja, wir haben ja auch schon Donnerstag vielleicht in dieser Woche oder auch in der letzten Woche, was uns so aufgefallen ist oder tolle Themen? Hm? Naja, ähm, also beispielsweise, ich hab in den letzten Wochen, ich war ja das letzte Mal nicht dabei, Schande auf mein Haupt, ähm, in der Zeit habe ich mich tatsächlich, äh, nochmal viel mit OpenStack rumgeärgert, ja? Ähm, ich hab's, äh, muss mich dadurch leider auch relativ viel mit Routing, also mit dem Netzwerk-Part beschäftigen. Der Rest von OpenStack, der geht mittlerweile bei mir ganz gut. Ähm, also das habe ich so häufig schon neu installiert, ich fühle mich manchmal so irgendwie in die alten Tage zurückgesetzt. Ähm, damals, als ich mit Linux angefangen habe, habe ich, glaube ich, Ubuntu war das, ähm, ich glaube jede Woche neu installiert auf meinem Rechner, ne? Ähm, weil ich wieder irgendwas kaputt gemacht habe. Ähm, aber, ähm, ähm, ja, so fühle ich mich bei OpenStack. Ähm, so jede Woche eine neue Installation. Aber das wird, und, ähm, ich, ich freue mich da drauf auf jeden Fall, das langfristig da, ähm, dann weiter zu verfolgen. Und, ähm, ich durfte mich mit Netplan rumschlagen von Ubuntu. Ähm, das ist ja dieses neue... Das ist ja dieses neue... Ähm, richtig. Ähm, ich, ich kann schon nachvollziehen, warum die sowas gemacht haben. Man hat halt alles nur noch in einer YAML-Datei und dann läuft das im besten Fall. Oder es läuft halt nicht. Ähm, aber ich glaube, langfristig kann ich Ubuntu da schon verstehen, warum sie es gemacht haben. Weil die verschiedene... Also, beispielsweise, ich nutze auch einen, ähm, 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 einen eigenen Switch sozusagen. OpenV-Switch müsste das heißen, glaube ich. Ähm, und das, äh, tut ihr dann auch direkt mit ansteuern, beispielsweise. Also, es vereint viele Kommandos in einem, viele Schnittstellen und so weiter. Ähm, aber das macht es natürlich für die Konfiguration, vor allem für die Umstellung, ähm, ähm, schon nochmal deutlich schwieriger. Und ich hoffe, dass sie da jetzt in den nächsten Jahren nichts mehr umstellen. Oder jedenfalls nichts mehr groß umwerfen. Ähm, an sich aber auf jeden Fall schon ein ganz cooles Feature. Ja, das wär's dazu. Ansonsten, äh, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Der Linux Assistant ist in einer Zeitschrift aufgetaucht. In einer englischsprachigen Zeitschrift. Ich muss irgendwie mal schauen, wie ich da rankomme und was die Bewertung davon ist. Ähm, aber seitdem explodiert mein GitHub, äh, Repository. Da drüber. Ich glaub, 50 neue Issues oder so. Natürlich, keine Bugs, keine Bugs. Ich muss sagen, ich hab da auch noch nicht durchgeguckt. Ähm, weil, ähm, ich hab leider nicht die Zeit gerade, da groß viel zu machen. Ähm, aber das wird kommen mit der Zeit. Und da freu ich mich irgendwie schon drauf, das alles mal durchzugehen und, ähm, dann neue, neues Feedback dann einzuholen. Ja, das war eigentlich bei mir so ein bisschen die letzten Wochen. So, was mich jetzt direkt im Hintergrund beschäftigt hat. Und was war das bei euch so? Das ist doch gut. Warte mal kurz. Jetzt drücke ich nämlich hier auf OK. Ich hab die Bitrate angepasst. Ach so. Ich weiß nämlich nicht, ob der dann neu lädt oder ob du dann weg bist. Ich wollte ja nur nicht ins Wort fallen. Einen Moment. Ich drücke auf OK. Oh, ja. Ist das Bild schon mal weg? Kommt's wieder? Haben wir ein Standbild? Nee. Nee, nee, nee. Nee, ich bewege mich gerade wenig. Ja, ja, ja. Ich bewege mich auch gerade wenig. Hallo. Oh, was? Weiß ich nicht. Das müsst ihr dann gleich mal sagen. Ob's, ob's... Ja, das schärft nach. Jetzt? Also, jetzt sieht's gut aus, oder? Ja, 1,8 eben gehabt. Ja, ein bisschen mehr ist es geworden. 1,69 Euro. Ich hab erst mal mit 2000 drum herum gefällt. Das ist okay. Also, bei Twitch lässt er jetzt auf einmal aus dem Nebel auferstarten, aus der Pixelwolke und schon ist er wieder scharf, oder? Ja, absolut. Das sieht super aus. Ja, ja, ja. Ja. Wieder ein Projekt, was funktioniert hat. Einfach toll. Ja, du kannst mal gehen. Absolut. Genau, das war's so für dieses Mal. Weil, wie wir es gemacht haben, verraten wir zwar nicht, aber, ja, genau. Live, scharf und in Farbe. Was will man denn mehr? Farbe kann ich richten. Ich kann roto-chrom-filter. Ah, nee. Ist schlecht mit dem Chroma-Key, mit dem Green Screen. Nee, kann ich nicht. Beut und schwarz-weiß. Ja. Naja, 4K. Na, noch nicht ganz, aber das kommt noch. Aber braucht man das? Will man das wirklich sehen? Ich weiß nicht. Also, ob man jeden, jede Uneben, jede Unreinheit der Haut sehen möchte. Wobei, ich selber hab eine relativ glatte Haut. Das geht schon gut zu gut. Ach. Das muss man doch anfangen mit Rumgepudere und so. Ja. Ja, das war richtig schön. Jeden Morgen Schweinebacke 24 und dann läuft das. Ja. Es kann so einfach sein. Sorgt für glänzende Haut den ganzen Tag. Jean ist fertig gerendert. Top. Ja, auf jeden Fall. Wenn es mal wieder länger dauert. Ja. Ja, schön. Änder Job erfolgreich abgebrochen. Gab's nicht sogar eine richtig geile Windows-Meldung? Nee, nee. Wie war's? Task failed successfully. Und dann nur noch, okay. Da gab's mal so eine richtig geile... Das gibt's irgendwo als Meme-Bild. Richtig geile Windows-Meldung. Task failed successfully. Okay. Wie definiert. Hat genauso funktioniert, wie man's wollte. Also von daher, okay. Ja. Wie man's dann hat. Hier gibt es eh nichts zu machen. Gut. Ja, das... In 4K sieht man noch die Falten. Nee, das wollen wir nicht. Schönen Weichzeichner drüber hauen. Jean's Beauty Channel. Ja, also hier Beauty-Guides-Admin, da seh ich mich. Ja, das sind einfach nur Beauty-Guides. Beauty-Guides. Wobei, Beauty-Guides für die Admins wäre auch ultra witzig, ne? Wie mach ich meine Haare schön, ne? Wie wächst mein Bart länger, ne? Und so weiter. Das ist schon schön. Welche T-Shirts kann ich am besten anziehen? Schwarz. Einfach die besten Aufschriften auch haben, ne? Also welche Aufschrift ist grad in, ne? Also Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 ist my home. Ne, das wissen wir jetzt auch alle, ne? Aber da brauchen wir die neuen Sachen. So den neuen heißen Scheiß. Und ich denke, da ist auf jeden Fall Bedarf, ne? Ich befürchte, dass sowas eventuell funktionieren kann in einer kleineren Bubble. In einer sehr kleinen Bubble wahrscheinlich. Aber... Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt, also manchmal kannst du gar nicht so blöd denken und solche Dinge funktionieren, wo ich mir denke, ne, das geht ja gar nicht. Aber dann klappt das doch wieder. Jetzt bist du doch wieder so ein bisschen pixeliger. Ja, jetzt geht's auch wieder runter. Ich glaub, du kannst... Ja, jetzt geht's wieder runter. Jetzt ist Feierabend. War schön mit euch, ne? Ganz ehrlich. Aber, ne, was wollte ich dazu noch sagen? Ach ja, absolut. Ja, tatsächlich. Ich hab... Ich spiel schon länger mit dem Gedanken auf Linux als Admin, ein Video zu machen über Produktivität und so weiter, ne? Dadurch, dass ich doch die ein oder anderen Sachen nebenbei habe, wie man dem ganzen Herr wird eventuell. Überlege ich gerade. Dann könnt ihr ja irgendwann mal reinschreiben. Ob man das sehen möchte oder ob man sich sagt, so, ach nee, komm, bitte mach hier, zeig mir, wie ich Paypal ist, NGX oder sowas installiere. Hab ich jetzt letztens auch gemacht. Ist in der Pipeline. Und, ähm, genau. Ja, je nachdem. Ähm, produktivitätstechnisch kann man da manchmal nochmal ein bisschen was rausholen. Oder einfach stressfreier werden. Man muss ja nicht unbedingt mehr schaffen, aber es ist häufig schon, je nachdem, wie man Sachen strukturiert, das geht schon besser. Aber vielleicht, äh, wisst ihr das alles schon. Das, äh, kann auch sehr gut sein. Ja, ist doch immer schwierig. Hast dich zu viel bewegt. Ich hab mich zu viel bewegt. Du musst den Kopf eher ruhig halten. Ja, keine Ahnung. Also man kann vermutlich damit wirklich nur das Maximum festpinnen, aber wie der aktive Upstream gerade ist. Na ja. Ist dein Download? Vielleicht? Gut, also ich hab ja hier direkt so ein... Hm. Direkt am, am Desktop dran. Nö. Jetzt nicht sonderlich anders, als wenn ich sonst streamen würde. Oh ja. Naja, ist egal, ne? Dann gibt's nämlich manchmal ein pixelig und manchmal nicht so. Ordner, Struktur, etc. schreibt RaySound. Das ist tatsächlich auch eine Idee. Ja. Ja, 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 ja. Hm. Hm. Aber das kommt alles mit der Zeit, ne? Aber ich weiß nicht, ne? Was haltet ihr davon? Meint ihr, das könnte funktionieren? Das würdet ihr euch persönlich anschauen? Weil ich geh mal so ein bisschen auch bei der Auswahl von Videothemen draus. Was würde ich mir persönlich anschauen, ne? Wenn ich jetzt in der anderen Lage wäre. Ähm. Und, äh, demnach wähle ich eigentlich meistens auch meine Videothemen aus. Ne? Und gestalte sie auch so, sozusagen, ne? Wie wenn man jetzt danach sucht. Ähm. Wie, wie geht man daran, sozusagen? Hm. 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 Also einfach mal ja, nein, ne? Gerne, gerne auch ein Nein, dann weiß ich was. Ja, also ein, eher nicht, ähm, also diesen Bereich mit, ähm, ich glaub, heißt sowas Life Coach oder so, also, das ist ja so ein, so ein ganzes Gebiet und ich denke, da ist der Markt schon relativ dicht besetzt. Und, ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, da findest du für jede Lebenslage irgendwie irgendjemand, der sagt, nein, du musst das anders machen hier, voll durchplanen deinen Tag und, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich würde das auch nicht so, ähm, ähm, so sehr ernst nehmen. Einige, die, die präsentieren sich natürlich komplett anders als, also, das machen die meisten ja natürlich so, in ihren Videos viel perfekter, als sie wirklich im, äh, im wirklichen Leben sind. Und wenn du dann versuchst, das irgendwie nachzubauen, äh, oder das auf deinen Tag umzusetzen, dann wirst du wahrscheinlich deutlich, ähm, unzufriedener, auf jeden Fall, weil du diese ganzen Ziele, die dir da so künstlich vorgelebt werden, einfach nie erreichst. Also, hm, weiß ich nicht. Ja, natürlich, man muss was realistisch machen und natürlich ohne Paywall, ne? Häufig ist ja so, ja, komm in mein, äh, Coaching hier rein, weil dann, 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 dann lernst du die Tricks kennen. Und in der Regel ist es, also, ich war noch nie in so einem Coaching, ähm, aber das, was ich so mitbekomme, jeder kocht nur mit Wasser, ne? Ähm, also von daher auch nicht so super viel. Der Uwe schreibt, ein Video zur Produktivität schaue ich mir nicht an, ich bin Arbeitnehmer, ne? Ähm, das ist ein Punkt, ne? Ganz klar. Ja. Aber auch der Uwe muss einfach... Als Tipps, nicht als Lebensberatung, ja. Der Uwe muss einfach in die Admin-Gruppe kommen. Einfach in die Admin-Gruppe. 30.000 Server, jawoll! Vielleicht gibt's auch einen Server von Porsche, den wollt ihr auch fahren. 20.000 Server, letzten Monat! Jawoll! Oh Mann! Da seh ich uns. Ja, oh ja, oh ja. Schreib das auf, dein nächster April kommt wieder. Ja. Also, da haben wir heute schon, heute schon gute Stichworte, ne? Also, äh, was war das da so schön? Beautyguides Admin Professional? Ja, ja. Auch nicht schlecht. Aber nur Professional. Professional. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ich bleibe bei BB's Beauty Channel und Hannah Montana Linux, das Land. Die Sache ist, ja, Hannah Montana Linux ist, ne, ist super. Aber am besten ist schon Taylor Shift OS noch, ne? Also, das... Das ist noch besser. Das müssen wir, das müssen wir, das... Ich will da wirklich irgendwann mal eine Version rausbringen. Das, das wirklich mit Ansible auf 20.000 Server an einem Tag verteilt, dann hast du auch was ihr schafft. So machen wir das. Auf jeden Fall eine große Unzufriedenheit. Oder sehr viel Zufriedenheit. Man weiß es vorher nicht. Taylor Shift läuft überall. Ich glaube, wenn das virtuelle Instanzen sind, die irgendwie bezahlt werden müssen, dann hast du auf jeden Fall was geschafft, nämlich noch irgendeine Kasse zu reißen dadurch. Ja. Wir nehmen die Rechnung und schieben sie woanders hin, ne? Shift TOS? Uh, Shift TOS ist auch gut. Bei Servern schwöre ich auf Binford. Nur das Original ist legal. Sehr gut. Ja, aber gut, dann haben wir das Thema auch schon abgeklärt. Mal nebenbei, ist euch auch schon mal so ergangen, dass ihr merkt, dass ihr teilweise wieder viele Sachen vergessen habt? Also bei mir ist es ja so, ich habe mich ja jetzt ein bisschen mit OpenSense und Netzwerk und all den Geschichten beschäftigt. Ähm, oh, da sind Sachen wieder auf, äh, zum Vorschein gekommen bei mir, äh, die habe ich schon sehr, sehr lange verdrängt. Also teilweise waren da sogar Netzwerkgrundlagen dabei, äh, da hatte ich schon fast wieder PTSD, äh, von, von der Berufsschule damals. Also das war, uff, geht euch das auch nicht mal so, dass man Sachen, die man wirklich lange nicht anfasst, dann einfach wirklich, äh, fast von Null auf lernt mit, mit der Einstellung. Ja, Mensch, das stimmt, da war ja mal was. Also wenn ich mir jetzt wieder Netplan angucken müsste, ich muss ja auch sagen, um wieder die Brücke da zum Netplan zu schlagen oder vom Netplan einfach mal aufzunehmen. Ich bin ja nicht umsonst hier im Homelab auf Debian gewechselt, eben weil mir Netplan noch nicht abgehangen genug war, sagen wir es mal so. Da waren einfach Sachen, die sind echt, ähm, ja, unnötig und ungünstig gewesen und gerade auch durch Jammel, ähm, wenn man sich verschreibt. Und was man eigentlich ja nicht machen sollte, aber es kommt ja durchaus doch mal vor, legt man irgendeinen wilden Fehler, Netzwerk kommt nicht hoch, find ich doof. Deswegen bin ich wieder, äh, zu Debian und da mit zu Uff, Uff, Down gewechselt. Wenn ich mir jetzt wieder Netplan angucken müsste, wäre das ja fast auch wieder von vorne, nur würde ich vermutlich, äh, etwas einfacher durch die Doku durchwenden, keine Ahnung. Aber geht's euch mit anderen Sachen genauso? Total, würde ich sagen. Bei mir ist es sogar manchmal so, dass ich, äh, manche Sachen das letzte Mal besser hinbekommen habe, als, äh, dann zu diesem Zeitpunkt, weil ich mir gedacht habe, ach, so war das ja, so war das ja. Ach nee, so war es doch nicht. Wie wenn man da komplett, ähm, unbefangen manchmal reingeht. Jedenfalls war das bei mir auch manchmal so. Und ja, also man lernt, man muss immer wieder Sachen neu lernen, finde ich. Ähm, und, ähm, ja, aber da würde ich erst mal Hauke ausreden lassen vielleicht, weil sonst hätte ich schon wieder eine Brücke woanders hingeschlagen. Also ich würde jetzt einfach sagen, ja klar, äh, geht mir genauso. Also oftmals sind es so Stichworte, die irgendwie hängen geblieben sind. Ähm, das kann auch sehr lange her sein, dass ich da irgendwie mal über was gestolpert bin und das ist als Stichwort hängen geblieben und, äh, das kann ich dann relativ schnell wieder nachgucken. Und dann, äh, kann ich das relativ schnell auch wieder so erstmal grob überblicken und dann, äh, mich da so ein bisschen einarbeiten. Ähm, aufgefallen ist mir das, als ich vor ein paar Wochen so ein Video gemacht habe mit, ähm, LCD ansteuern. Also so ein richtig spezielles LCD, was, ähm, Zeichen darstellen kann. Also nicht Grafik, sondern, ähm, vordefinierte Zeichen, die in diesem Display drin sind. Das Ganze mit einem Raspberry Pi angesteuert habe. Und, ähm, da gehören auch so ein paar Grundlagen Elektrotechnik mit dazu. Ich hab das vor ewigen Zeit mal so ein bisschen studiert. Ich hab mich zwar auf einen anderen Zweig nachher spezialisiert, aber, äh, das, das kam schon mal irgendwie vor. Und diese Stichworte von ungefähr, von vor 20 Jahren, verdammte Axt, ähm, fiel mir denn wieder ein Aha und dann kannst du das leichter nachgucken. Und sowas hab ich halt, ähm, häufig. Also bei den Sachen, die ich nicht so häufig benutze, das wird dann irgendwo so ein bisschen in, äh, ins, äh, ins Archiv geschoben. Und da, äh, liegt es ganz gut. Und, äh, je nachdem, was das denn nun ist, kann ich das so ein bisschen wieder vorkramen. Aber, ja. Aber ich denke, das ist auch ganz normal. Man kann sich, diesen ganzen Quatsch, das kann man sich ja auch nicht alles merken. Dafür ist das einfach viel zu viel, was wir so machen. Mag natürlich sein, dass es Leute gibt, die ein sehr schmales Themengebiet sowieso bloß haben, wo, ja, es wenig Fluktuationen gibt. Aber gerade in dem Bereich, wo wir uns bewegen, ist ja sowieso immer, es gibt immer wieder was Neues, immer wieder was Neues. Aber irgendwie ist es doch immer wieder derselbe Quatsch wie eben auch Netplan. Ja, ähm, muss das sein. Ja. Ich würde sagen, auch nicht nur das, ähm, sondern, also erstens, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich schreibe mir super viel auf. Also, wenn ich irgendwas rausgefunden habe, dann, ähm, schreibe ich mir das in mein, in mein Notizding rein und kann das immer wieder suchen. Beispielsweise, ich habe mir so ein Git-Sheet-Sheet angelegt. Äh, heute habe ich ein, äh, Benchmarking-Tool, sage ich nochmal, ähm, neu benutzt und, äh, durfte mich da ein paar Stunden reinlegen und dann trotzdem, aber auch wieder direkt so ein bisschen die Doku geschrieben, ähm, einfach für mich selber. Da sind auch manchmal nur Links drin oder so ein paar, drei, vier Tipps, aber die helfen dann einem später. Und, äh, von daher, ich würde sagen, deswegen, ne, lernt man dann, äh, so ein bisschen dazu. Wenn du, wenn ich das jetzt aber fünf Jahre nicht anfasse, dann hilft das eventuell nur noch bedingt, weil wahrscheinlich die Software sowieso wieder ganz anders funktioniert. Aber ich würde sagen, nicht nur dieser ganze Software-Zeugs, äh, sondern auch, ähm, ja, ne, sorry, ich komme da wieder ganz kurz drauf. So dieses Produktivitäts-Ding. Ähm, ich habe mir das vor ein paar Jahren doch sehr gut angeeignet und, äh, ich merke immer wieder auch in verschiedenen anderen Lebensbereichen, man muss Sachen immer wieder erneut sich hervorrufen oder erneut lernen, weil sonst schleichen sich solche Sachen immer wieder raus aus dem Leben. Jedenfalls bei mir ist das so. Ähm, und, äh, von daher, ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, man, ähm, man adaptiert vieles und tut dann aber auch wieder die unwichtigen Sachen ganz unbewusst wieder rausfiltern. Und, ähm, von daher ist das, glaube ich, auch ein ziemlich gesunder Prozess natürlich, dass man nicht immer alles überall dann, äh, ich sag mal, noch verinnerlicht hat oder so. Ähm, aber ist auch natürlich eine Chance, immer wieder Sachen neu zu denken oder auch von neuen, wenn man mal ein bisschen Zeit über das Thema wachsen lässt und dann nochmal einen Durchlauf startet, dann kann das doch nochmal vielleicht ganz anders, ich sag mal, sein. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ne, vielleicht mal so ein bisschen ausgeholt. Kurze Frage an dich schon zur Produktivität, ähm, oder das tangiert die Produktivität. Wenn du sowas machst oder dich in Projekte reinarbeitest oder in Dokumentationen, in welcher Sprache machst du nur das? Mir ist das richtig böse bei der OpenSense, PFSense und IP, nee, IP Fire muss ich ausklammern, äh, da gibt's ne vernünftige deutsche Dokumentation, ähm, auf die Füße gefallen, ähm, wenn du das Interface auf Deutsch übersetzt, ist da meistens nur noch ein Burks rausgekommen. Also, da muss man echt um die Ecke denken und, äh, machst du das zufällig so auch oder hast du gar nicht solche Probleme, dass... Ich glaub, sprachlich gesehen, ähm, bin ich eigentlich fast mehr in Englisch unterwegs, würd ich mal sagen. Also, ich hab ganz selten nur noch deutsche Anleitungen. Oder meinst du das, oder...? Äh, ja, also, dass du die Anleitung im Originalen, im Englischen liest, dann aber die UI, die du vielleicht benutzt, ähm, bei mir war es ja dann eine OpenSense. Äh, auf Deutsch eingestellt hast, weil du es nicht besser wusstest und dann erst mal dumm und dusselig suchst. Ja. Bist du die dann wieder auf Deutsch einstellst, ja. Das ist fies, auch, äh, also, bei mir ist es manchmal so, ähm, dadurch, dass ich auch viel jetzt Deutsch und Englisch halt switche, auch immer bei den YouTube-Kanälen, ähm, ist das ganz cool, dann immer mal wieder so die englischen Begriffe zu unserem deutschen Wort dann irgendwie sowas zu bekommen, weil das geht dann noch manchmal in eine ganz andere Richtung, auf jeden Fall, ja. Also, ja. Ich hab jetzt aber mein Learning draus gezogen, ähm, alles, was irgendwie eine UI ist, die wirklich T ist, also, ich hab ein Proxmox unten drunter, äh, unter der OpenSense, und die sind jetzt beide in Englisch einfach, weil man sonst einfach zu viel, äh, um der Ecke denken muss. Und das irgendwie die Produktivität schmälert, da wollte ich eigentlich drauf raus. Also, man kriegt das hin, das selber zu übersetzen, aber es ist halt irgendwie verschenkte Zeit, sagen wir es mal so. Absolut. Also, vor allem, wenn du es selber nutzt, mhm, ganz klar, ja. Ja, ja. Ja, ist ein Punkt. Da fällt mir noch eine Anekdote zu ein, also, äh, ich entscheide es noch ein bisschen nach der Qualität der Übersetzung, ob die gut oder schlecht ist. Und bei diesem, ach, wer ist denn da, äh, diese Oberfläche Stable Diffusion, die ist Automatic 1111 oder so, dieses Dings da, ähm, da kann man auch ein deutsches Sprachpaket nachinstellen. Das hab ich mal ausprobiert. Und einer von den Reitern war, äh, betitelt mit Zug. Was könnte das wohl heißen? Also, worum geht es dabei? Na, wer möchte lösen? Bei welcher UI war das? Ähm, bei dieser Stable Diffusion Oberfläche, die ist... Äh, Training, Training. Sehr gut. Ah, ja. Ja, ja, also, ich, ich, ich hab da überlegt, Zug, Zug, Zug... Also, äh, das ist natürlich das Problem, wenn das Leute übersetzen, die die Oberfläche wahrscheinlich, oder nicht gesehen haben, oder mit, mit dem nichts anfangen können. Die haben halt das erste genommen. Train, guckst ins Wörterbuch rein, ist wahrscheinlich bei vielen Wörterbüchern die erste Übersetzung, die dir angeboten wird, Zug. Ganz ehrlich, ich glaub, das war auch die KI oder irgendwas Automatisiertes. Also, weil so blöd... Also, auch ein Übersetzer checkt doch bei einer KI-Anwendung, dass Train ja in den seltensten Fall dann eher Zug heißt, ne? Aber ja, klar. Ja. Sachen gibt's. Eisenbahn oder Zugkraft, da ist die Frage, ja. Ja, ja, also, irgendwie hab ich versucht, da so, so, was könnte, also, was, das könnte ja auch irgendwie wiederum was sein, was da zugehört, wo irgendwie ein Zug von Daten vorbereitet wird, irgendwie sowas, so wie eine Reihe oder was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht ergibt das ja irgendwie einen tieferen Sinn. Aber nein, es war einfach bloß, ja. Ja, ähm. Aber, ähm, eins wollte ich noch dazu sagen, zu dem ganzen, äh, Thema mit hier vielleicht auch, äh, Dokumentation oder Lernen oder Herausfinden, ähm, was mir aufgefallen ist, gut, ich weiß nicht, wie euch das geht, äh, je nachdem, wie groß man in einer Domain schon, ähm, in einem Wissensspektrum oder in einem gewissen Bereich sich schon auskennt, war es bei mir schon früher, dass ich häufig schon auf YouTube irgendwelche Sachen gesucht habe und mittlerweile, ähm, mache ich da eigentlich selber super, super wenig oder lerne ich selber super wenig über YouTube, manchmal schon auch so über dieses ganze Netzwerkzeug, um so einen Überblick zu bekommen, ist ganz cool, ähm, aber ansonsten nur noch die Dokumentationen, also vor allem den jetzt in dem Serveradministrationsbereich an sich, ähm, da, ja, helfen dann nur noch Dokumentationen und Stack Overflow. Und ich muss sagen, ähm, äh, die KI wird ja jeder von euch auch schon mal ein bisschen ausprobiert haben, ähm, vor allem bei diesen Admin-Sachen spuckt die bei mir 70% Müll raus. Einfach irgendwelche veralteten Sachen oder irgendwie, also, das wird, funktioniert nicht. Gut, liegt auch vielleicht daran, dass ich die KI nur bei schwereren Themen oder bei anderen Themen frage, äh, die vielleicht nicht so häufig gestellt werden, ähm, und, also, da spuckt mir die KI irgendeinen Müll raus. Vielleicht bei ganz, ganz simplen Sachen funktioniert das, die findest du aber auch in einer Sekunde Google-Suche und, ähm, ich weiß nicht, so super nützlich ist sie gar nicht in der Administration, ist jedenfalls mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie, wie euch das so geht oder ob ihr da dieselben Gedanken habt. Ähm, ich probiere sowas hin und wieder ja auch mal, also find, äh, mit p-h-i-n-d.com probiere ich manchmal aus, ähm, ist Glückssache. Bei einigen Themen kommt was Gutes raus, bei anderen eher weniger. Boah. Boah. Also, kommt drauf an. Ja, okay, gut. Also, ich muss sagen, bei mir kommt fast immer nur noch Müll raus, das ist schade eigentlich. Ja. Aber, also, wo sie hilft, ist bei Bash-Skripten oder sowas, ne, das mach ich schon häufig. Aber, ja, genau. Ich bin, glaub ich, auch einfach nur viel zu voll, mir den Bash-Syntax anzueignen. Also, die speziellen, die speziellen Sachen. Ja, was meinst du? Da hab ich's auch das einzigste Mal bis jetzt benutzt, also, so als Kickstart für, für einen Bash-Skript. Und, ja, Erfahrung hab ich damit nicht. Also, ich komm noch ganz gut ohne KI, klar, sagen wir's mal so. Ja, äh, ich muss sagen, ist so ein richtiger Hype gewesen. Und ich denke, ne, der Hype ist jetzt so ein bisschen vorbei langsam. Ähm, sehen wir auch an, hier, Arch Intelligence, wann kommt die eigentlich? Das ist eine gute Frage, ne? AI, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit der WWDC, ne, diese Woche, glaub ich, war das. Äh, hat ja Apple ihre, ihre große Konferenz gehabt. Und, äh, hauptsächlich hat es Apple Intelligence. AI, Apple Intelligence. Eigentlich gar nicht so blöd, bin ich ehrlich. Ach, okay. Ähm, aber, ja, die, die Mischung macht's Doku, YouTube und KI, ist ne Frage, ja? Also, so, wofür ich die KI nutze, ist so für solche allgemeinen Themen, mir mal kurz Sachen einordnen zu lassen. Das kann sie meistens ganz gut, will ich sagen, ne? Aber so ganz spezielle Fragen, manchmal schwierig. Ähm, so, jetzt hab ich den Faden verloren. Das ist immer gut, wenn drei Gedanken gleichzeitig reinkommen. Ich glaub, wir waren auch fertig damit, oder? Ich denke mal. Ja, ansonsten, äh, WWDC, äh, vielleicht ganz kurz, habt ihr das mitverfolgt? Ich hab's ganz grob so ein bisschen die Zusammenfassung bekommen. Das ist die, äh, vor allem die Developer-Konferenz für Apple, was sich eigentlich so ein bisschen auch als, ja, so ein bisschen Marketing-Instrument rausgestellt hat. Und für die Aktienanleger ist das eine ganz, ganz coole Sache. Ja. App-Intelligence. Da ist ja schon ein Widerspruch in sich. Ist ein Punkt. Ist ein Punkt, ja. Aber tatsächlich, denen fällt auch nichts mehr eingefühlt. Also, sie haben überall neue, coole Features, so eins, zwei Stück. Und das war's tatsächlich. Also, und, äh, iOS bekommt gefühltes Android-Update. Du kannst jetzt deine Icons selber irgendwo hinziehen, tatsächlich. Das ging zuvor nicht. Boah. Ähm, ja, äh, oder nochmal, oder deinen Startbildschirm individualisieren. Das ging wohl auch zuvor nur bedingt. Ja, das finde ich auch sehr witzig, dass das jetzt erst kommt. Aber gut. Das ist ja fast, als ob man nach Jahren das Drag-and-Drop-Feature integriert in seine Anwendung. Wow. So ungefähr. Wow. Fühlt sich das gerade bei Apple an. Schon manchmal. Ich frage mich so, was, das ging dann nicht. Ähm, aber eins muss ich sagen. Ich hab mir jetzt letztens ein iPhone gekauft. Ich weiß nicht, ob ich, äh, euch das erzählt habe. Ähm, oder hier im Podcast auch erzählt habe. Ich hab mir ein iPhone gekauft, ein gebrauchtes, ähm, um die Sachen für den Libre Workspace auszutesten. Wie sich das iPhone da rein integriert. Weil ich da häufiger schon von verschiedenen Leuten dann die Fragen bekommen habe. Und, äh, genau. Deswegen ja auch das iPhone-Video letztens. Ähm, und, äh, da muss ich sagen, iPhone ist in manchen, oder iOS ist in manchen Hinsichten einfach fern. Fertiger als Android. Android kann immer noch nicht kein Keil darf oder irgend sowas. Das ist da auch gar nicht vorgesehen. Äh, bei iOS ist es direkt mit drin. Und mit verschiedenen anderen Features auch. Also, da muss man schon sagen, Apple schafft ein Gesamtpaket im Gegensatz zu Windows oder Linux oder Android. Was einfach direkt schon in gewisser Weise funktioniert, sage ich mal, ohne zusätzliche Module. Bei Linux geht das mittlerweile auch immer besser. Ähm, aber ist noch weit entfernt tatsächlich von dem, was der Apple manchmal so fertig aus der Tüte anbietet. Und das, muss ich schon sagen, ist eine, ähm, ist schon sehr beeindruckend. Und, ja, auch in gewisser Weise natürlich auch, äh, wahrscheinlich Inspirationen für den einen oder anderen, ähm, wenn diese Person Software baut oder so. Das ist doch aber eigentlich auch so ein bisschen auf die Philosophie von Apple, äh, zurückzuführen. Das, was die nicht für gut halten oder für richtig, gibt's halt nicht. Und da lassen sie sich auch nicht reinreden und dann ist es doch wieder so nach Friss oder Stirn. Du bist in einem goldenen Käfig, ne? Dafür, ähm, erlaubt halt Apple quasi nichts anderes, außer halt genau das, was sie in Anführungszeichen, äh, vorgeben. Und dann war's das. Das stimmt. Also, und, äh, wir brauchen auch gar nicht vom Preis zu sprechen. Ähm, der ist ja in den letzten Jahren eigentlich auch, ja, schon sehr stark gestiegen, würde ich mal sagen, verhältnismäßig. Genau, lässt sich ja auch bezahlen, fürst sich bezahlen für das Konzept. Das stimmt. So. Aber es gibt genug Leute, die's kaufen. Und ich kann manche, die genug Geld haben, verstehen und sagen, ja, also, ähm, mir ist das egal, dieser goldene Käfig, sag ich mal. Ich will einfach nur, dass es läuft und will mich da nicht länger mit rumklagen. Und ja, muss ich ihm teilweise recht geben, ne? Das, ähm, muss man schon sagen, leider. Aber gut. Ja, aber ansonsten so ein bisschen, die Ideen haben mir gefehlt, sag ich mal. Also, hier, Microsoft kam, ähm, ja, mit ihrem Recall-Feature, mit dieser KI, habt ihr ja auch schon besprochen, meine ich, ne? Ähm, ja. Ja, die haben da schon an verschiedenen Stellen gefühlt schon noch ein bisschen mehr gemacht oder auch googelt teilweise. Da kam jetzt Apple, fand ich jetzt nicht so stark raus. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein BIOS, den man auch selber natürlich in gewisser Weise pflegt. Hm. Äh, willst du da was aufgreifen, Hauke? Weil ansonsten würde ich jetzt... Ähm, zu dem, äh, zu dem einen Kommentar, also, äh, dass die KI bloß lokal bei Apple auf den Geräten laufen lassen soll, ähm, das stimmt wohl nicht wirklich. Laut, äh, einem, ähm, heiße Artikel, ähm, ist es wohl so ein Twitter-Dings. Also, die bauen wohl, ähm, gerade sehr viel Rechenzentrumskapazität auf, um Teile von diesem KI-Zeugs wiederum im Rechenzentrum bei Apple durchführen zu, äh, also, dass es dort gerechnet wird. Aber ein Teil läuft direkt auf dem Gerät, aber eben nicht alles. Und dieser Artikel, das, das klang irgendwie so, dass der Endnutzer gar nicht so wirklich weiß, was, was da passiert. Ob das lokal berechnet wird oder ob das wieder abfließt. Also, von daher, hm, ja. Klang für mich jetzt wieder nach sowas, ähm, du weißt schon, warum du das alles nicht haben willst. Ja, irgendwie so. Guter Punkt. Ich, ich finde auch generell, ähm, die Daten, die, oder du wolltest was sagen, Micha, ne? Sorry, ich hab dich. Ja, ich, ich wollte vorher noch drauf eingehen. Ich glaube, ich hab's weder im Podcast noch vor erzählt. Nee, ich hatte's nur mal bei mir im Stream, äh, erwähnt. Und ich war total überrascht bei diesen Recall-Geschichten, dass dann der, ähm, oh Gott, wo war der Albert her? Von welchem YouTube-Channel der bei den Tux-Tagen mit, ähm... Windows-Area. Windows-Area, danke. Genau. Daher kannte ich ihn ja auch, weil ich den ja quasi begrüßt habe zur Podiumsdiskussion, äh, außerhalb der Kammer, oder... Ähm, und da fand ich's halt sehr überraschend. Er hat sich ja erst sehr positiv dazu geäußert, dass das erstmal gar nicht so schlimm ist und war da sehr objektiv und hat, glaube ich, zwei, drei Tage später dann auch mal diesen Development-Branch ausge, äh, ausgecheckt und ausprobiert. Ja, und musste dann seine Aussagen revidieren, weil es ist so gewesen, wie wir alle vermutet haben, also die Bilder unverschlüsselt, äh, Datenbank unverschlüsselt, die das ausgewertet hat und alles irgendwie, ähm, sehr, sehr einfach zugänglich und nicht wirklich getrennt von Zugriffskontrollen. Das war, äh, eine Mittelkatastrophe. Ich weiß gerade nicht, wie es aktuell ist, aber das fand ich halt beeindruckend, dass, ähm, der Albert dann auch relativ schnell gesagt hat, hört man zu, Leute, ist alles irgendwie gerade ein bisschen doof. Dass er so transparent war da an dem Punkt. Ja, also, ähm, es spricht ja für ihn auf jeden Fall. Ja, total. Das kann ja auch sogar noch, äh, positiv, äh, hinwirken, dass vielleicht Microsoft darüber, ähm, auch mal einen Denkanstoß bekommt. Und vielleicht mal außerhalb der Chefetage mal so eine, so eine Nackenschelle bekommt. Ich denke, das werden die schon machen. Also, ich glaube schon, dass die das so versuchen zu integrieren, dass die meisten da jetzt nicht so aufschrecken, hoffe ich mal. Mal schauen. Ähm, aber generell ist ja so, ich glaube, das habt ihr ja auch angesprochen, je mehr Daten man ja irgendwie produziert und abspeichert, ähm, irgendwann können die immer ausgenutzt werden. Und so, von daher eigentlich gar nicht so viel Datenmüll in Anführungszeichen produzieren, ähm, dann kann man auch nicht viel auswerten, ne? Ja, das ist so die Sache vielleicht, die ich da manchmal verfolge. Aber witzig, äh, wolltest du dazu noch was sagen, Hauke, oder? Ähm, was worüber ich heute, äh, doch gestolpert bin, dass, äh, Google wohl was ähnliches vorhat. Und, äh, was mir irgendwie nach dem letzten Podcast noch eingefallen ist, warum machen die eigentlich Screenshots? Fehlen, äh, also, äh, Screenshots, die hinterher wahrscheinlich irgendwie ausgewertet werden mit Textanalyse, äh, also OCR und vielleicht auch Bilderkennung, sonst irgendwas. Es scheint ja wohl keine allgemeine Schnittstelle zu geben, um diese Informationen, die ja textmäßig, äh, also, äh, im System ja irgendwie sind. Also, das Text wird ja gerendert zu irgendwelchen Pixeln. Da kommt man wohl irgendwie so nicht ran. Ansonsten könnte man das ja, äh, so machen wie bei diesen Screenreadern, äh, die machen ja auch, äh, oder, äh, bei Linux gibt's ja bei einigen, ähm, Programmen und Desktops so eine Schnittstelle, sodass die, ähm, Textinformationen direkt an so eine Sprachausgabe weitergegeben werden können. Das wäre doch, äh, für mich jetzt aus programmiertechnischer, äh, äh, Sicht, eher das, äh, was ressourcenarmer wäre. Also, es liegt ja eh schon als Text vor, von daher könnte man ja so eine, äh, äh, so einen Textstrom mit Zeitstempeln machen oder sowas. Ne, warum machen die bei Microsoft Screenshots, um das mit KI hinterher auszuwerten? Das ist irgendwie ein Umweg, irgendwie ein Umweg, ja. Ist ein Punkt. Ich glaube, die machen das wahrscheinlich im Hintergrund mit dem OCR, aber ich glaube, es liegt auch so daran, hey, ich hab vor drei Wochen das eine Bild offen gehabt oder das eine Dokument, das ist eventuell nicht, na, äh, vielleicht, da ist dann auch wieder OCR drin, aber ich glaube, die wollen das ein bisschen allumfassender machen, aber verständlich. Ich glaub, da sind viele Ressourcen da drauf und witzigerweise, ich hab jetzt, ich bin vor ein, zwei, drei Tagen, äh, über ein Open-Source-Projekt Recall gestoßen, ähm, für Windows, Linux, Mac schon. Na, gibt's schon. Ähm, haben jetzt schon Leute programmiert, ich denke, das ist auch relativ easy, glaub ich, gemacht, so von sich aus erstmal. Die Frage ist, wie gut ist die KI? Das ist ja dann am Ende immer, das ist die Frage. Ähm, aber ganz ehrlich, ich will sowas unter Linux nicht haben, also nicht für mich. Ähm, weil ganz ehrlich, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hab den Linux, das ist, nein, Spaß. Ähm, aber, ähm, 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 die Daten liegen halt dann bei dir auch irgendwie rum und nebenbei, dass es auch die Ressourcen ohne Ende kostet, das dann auszuwerten. Ich glaube, bis die KI dir eine halbwegs sinnvolle Anfrage ausspuckt, hast du es schon dreimal selber gefunden und so die richtigen Anwendungsfälle, ich weiß nicht, wie es euch geht, die hab ich jetzt beispielsweise nicht. Weil vor allen Dingen, wenn du dann andere Rechner nutzt und so weiter und ich glaub Recall hat ja auch einen Privacy-Modus, wollen die jedenfalls haben, ähm, meine ich, dass du irgendwelche Sachen ausblenden kannst. Naja, ähm, also, ich glaub nicht, dass das allumfassend wirklich Sinn ergibt. Ich glaub auch, dass das jetzt wahrscheinlich genauso ein Ding wie Cortana am Ende wird, also so ein Flop eher in gewisser Weise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das großflächig genutzt wird. Was, ne? Spätestens, wenn Microsoft feststellt, dass, äh, sagen wir mal so 80% ihrer Screenshots irgendwelche Blue Screens von Windows sind, werden sie merken, hm, bringt uns irgendwie nicht weiter. Ich, ich dachte jetzt, ich, ich, ja, entweder das, ich dachte, du spielst auf die anderen Internetseiten an, die man nur im Incognito-Modus öffnet. Ich glaub, das könnte auch sehr witzig werden, ja. Ah, ich meine die Geschenke für die Großmutter. Ja, ja. Das könnte sein, naja, aber, ich weiß nicht, also, da gibt's auch einen Englischsprachigen, dessen Namen ich schon wieder vergessen hab, den, den guck ich eigentlich immer ganz gerne. Der tut immer die neuesten Technik-Updates sehr, sehr humoristisch verpacken und da war Recall halt auch, äh, cool, endlich kann ich mir angucken, was ich letzte Woche alles mit meinem Computer gemacht habe. Aber Blue Screen, Blue Screen, Updates sind bei 99% stecken geblieben, Blue Screen. Ist das Fireshift? Nee, nee, nee. Nee, nicht. Fireshift ist auch ein sehr, sehr cooler Kanal, der das auch humoristisch macht, ja. Komplette Überwachung, jede Bewegung am PC wird gelockt, ja, das ist schlimm, ne? Also, ich, aber gut, ich glaub, das haben wir ja schon mal durchgekaut in einer der letzten, ähm, Podcasts. Also, äh, die Themen begegnen, äh, begegnen uns ja immer wieder, äh, also diese Datenschutz, äh, Dinge mit den ganzen Folgewirkungen, die das auch auf, ähm, das Arbeitsleben hat, ähm, das dürfte alles überhaupt gar nicht zulässig sein, sowas zu machen, äh, ja. Also, wir haben ja so einige Skandale schon durch, die, also, wie die Überwachung am Arbeitsplatz und was weiß ich alles. Also, wir haben eigentlich genug. Die Richtung bei der Rechtsprechung ist ja eigentlich immer, nee, das darf man alles gar nicht. Ja, gut. Und Microsoft denkt sich, machen sie aber trotzdem. Ja, und? Ist ja nur privat für den Nutzer. Ja, aber die Sachen liegen da und, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich, also, vor allen Dingen, weil es ja ein großes Medienecho schon gab, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich großflächig erfolgreich ist, ne? Die werden es wahrscheinlich ein paar Mal drin haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass die meisten das entweder deaktivieren werden oder, ja, auf jeden Fall, ich glaube, nicht, nicht verbessern wird, den Arbeitsalltag. Also, ein Gedankenspiel, was ich letztens mal hatte dazu, zu dem, zu der ganzen Thematik, als ich rund unterwegs war, war, wenn die alle paar Sekunden Screenshot machen. Und der Screenshot, laut dem Albert, sind ja alle fünf Sekunden irgendwie ein JPEG, nur dass sie irgendwie die Endung entfernt haben und da kommen ja relativ schnell mehrere hunderte Megabytes zusammen. Mein Gedankenspiel war jetzt, was war denn eigentlich noch mehr, äh, nochmal, ähm, Recken oder, äh, Computermanipulation? Ist ja eigentlich beides sogar strafbar. Das ist doch die ungewollte Veränderung, äh, am System. Und ist das Volllaufen der Festplatte nicht eigentlich auch wie Verschlüsselung, ähm, legal? Schafft sich Microsoft rein theoretisch da mal ab? Das wäre mal, äh, glaube, so, so eine rechtliche Sache für den Herrn, äh, Solmecke, sozusagen, das mal zu analysieren. Oder wie steht er dazu? Ist ein valider Punkt. Ich denke, äh, Herr Solmecke, bitte mal analysieren, ja. Also, weiß ich nicht. Also, irgendwie war mir mal so im Kopf, dass Computermalipulation ja, äh, strafbar ist oder unter Strafe steht. Und ich glaube, eben die Veränderung oder die ungewollte Veränderung an, an Hard- und Software ist halt, das ist halt eine Auslegungssache, keine Ahnung. Es gibt ein extra Privacy-Abo im 365-Paket für 5 Euro, 14 Tage lang ignorieren der Screenshots. Ja, dann haben sie 14 Tage, die, äh, die Infos einfach 14 Tage später, also. Ja, nee, nee, ja, nee, dann Verlauf löschen, ne, sowas in die Richtung, ja. Gebt mir Geld dafür, ich hab gesehen, was du gemacht hast. Okay. Hm, ja, Privacy im Abo, hm, naja. Ja, meistens ist es ja schon so, dass die billigen Sachen, also günstigen Dienste, wo schon Ausgaben hinterstehen, sag ich mal, ähm, die müssen ja finanziert werden, ne, und das, ähm, wird so oder so finanziert, sagen muss man so, ne. Ob du es zahlst oder ob irgendjemand anders dafür zahlt, vielleicht, ja. Hm. Ah, wird's interessant. Ach, hier, bei... Ich hätte, ja. Markus und Ingo, äh, schreiben gerade rein, wie sieht's aus mit der Haltbarkeit der SSD, wenn so viele Schreibvorgänge vorgenommen werden. Gute Frage, also, äh, Recall scheint irgendwie, äh, powered by, äh, Crucial, Samsung oder bitte hier jetzt anderen SSD-Hersteller, äh, einfügen. Hm. Aha. Die wollen wieder was verkaufen, ich verstehe. Hm. Oder Recall setzt gleich irgendwie ein, ein wildes Rate voraus, wo einfach mal Ablatten einfach schon abschmieren können. Das ist schon eingerechnet über, über die Garantiezeit, keine Ahnung. Ja, wär jetzt doch der Böse gesprochen, aber... Ja, 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 schwierig. Muss, muss man wirklich mal alles so, äh, einbeziehen, wenn, wenn das wirklich so durchkäme, was das eigentlich für ein Quatsch ist. Also, das wissen wir jetzt als, ähm, technikaffine, aber wie viele Leute werden das einfach akzeptieren und damit leben und, und sich dann wundern, äh, warum die ganz gezielt Werbung für, äh, Gardena oder Gartengeräte oder was weiß ich bekommen. Obwohl sie das niemandem gesagt haben, aber das irgendwie immer im Verlauf zu finden ist von, von Recall, keine Ahnung. Okay, so, da wird's dann irgendwann spannend. Beziehungsweise, ja. Soweit ist das eigentlich nicht mehr spannend, weil dann ist, ist, ist die Messe gelesen und wir haben andere Probleme. Ich glaube auch. Also, ich glaube, das wird gerade groß aufgebauscht und ich glaub nicht, dass, ich glaub, das wird in der, äh, Versenkung, äh, verschwinden, langfristig. So, ich glaub, jetzt ist das Motorrad weg. Ähm, habt ihr das gehört, so ein bisschen, oder geht das? Ja. Es tut mir leid. Ich hab noch gerätselt, was das für ein Gerät ist. Das ist mein Recall, äh, Ausklopfer, ne? Ach so, okay. Der ist gerade wieder am Arbeiten, ja. Du hast ja schon deinen Anti-Recall, äh, Pixel-Filter drüber. Hm, ja, ja. Funktioniert. Der funktioniert, äh, funktioniert hervorragend. Ähm, ansonsten, ich, äh, hab mal eine Rubrik, ähm, die, ich glaube, ich, die wollte ich schon seit ein paar Folgen einfügen oder einführen. So, Tipp der Folge. So, äh, irgendwie so ein ganz kleiner Befehl oder sowas, den ich erst letztens, äh, gelernt habe, der für mich schon, äh, sich immer wieder bewährt hat. Und zwar ist das C-U-R-L-if-config.me. Also, am Ende, ähm, fragen wir eine Seite an nach, ähm, unserer öffentlichen IP-Adresse. Das heißt, ihr müsst gar nicht mehr auf wie ist meine IP oder sowas gehen, sondern einfach nur C-U-R-L-I-F-config.me. Und dann, ähm, habt ihr eure öffentliche IP-Adresse. Ja, äh, vielleicht als kleiner Tipp so nebenbei. Vielleicht kennen das schon von ein paar von euch, aber, ja. Wollte ich mal so loslassen. Nicht schlecht, was? Ja. Wie oft braucht man das? Das ist jetzt auch wieder die Frage. Also, ich brauche das für mein Serverzeug häufig. Aber natürlich, ähm, na klar. Also, ich glaube so, wenn man jetzt hier dreimal am Tag seinen Web raus eröffnet, ich glaube, wenn es jetzt nicht so wird. Ja, das stimmt. Hm. Du hast einen Incognito-Modus von Recall an. Naja, genau. Naja, klar. Immer nur im Incognito-Modus, genau. Ja. Ähm, allein von der Verteilung her, Micha, hast du irgendwie noch ein spannendes Thema? Also, zwei von uns haben ja schon wirklich sehr viel rumgelabert. Und, äh, ja, wann ist es euch das letzte Mal passiert, dass ihr bei solchen kleinen Privatspiele-Projekten euch massiv verschätzt habt? Ich hab nämlich ... Ist es so in puncto durchspielen, oder? Nee, 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 ich meine jetzt wirklich beim Technik-Zusammenfriemeln oder irgendwie Projekte-Zusammenfriemeln. Nicht beim Spielen. Ich meine, wirklich bei sowas oder anderweitiges Projekt einfach naiv rangegangen und sich verplant haben. Das ist mir nämlich letztens passiert mit der OpenSense. Also, alle, die, ähm, im Stream am Dienstag dabei gewesen waren, da hab ich schon mal, bevor wir CatchyOS da auseinandergenommen haben, örtlich, ähm, ja. Ähm, ja, hab ich so ein bisschen meine Erfahrung geteilt. Und, äh, also, die BSD oder BSD im Allgemeinen, die sind halt WLAN-technisch noch ein bisschen weit hinterher. Und ich dachte eigentlich, hm, eigentlich so, sich so seinen eigenen Router zu bauen mit WLAN-Modul drin, damit man das WLAN-Modul noch austauschen braucht, wenn neuer Standard da ist. Antennen gab's bei dem gesamten Desktop-Set für ein Zwani dazu. Ähm, dachte ich mir, ist eigentlich ein geiler Deal, bis ich's eingebaut habe, dass die Hardware dann in Proxmox durchgereicht habe und in der OpenSense dann sogar das, ähm, Ganze einrichten konnte. Ja, bis zum WLAN-Standard. Da ging's dann nicht höher als N. Ja, A, B, N. Also, irgendwie noch WiFi 3. Also, alles eher so, was man heutzutage nicht mehr haben möchte, weil's zu langsam ist. Und dann ging die große Recherche los. Ähm, ja. Wie BSD weiß das, dass so noch nicht AC und AX machen, aber wann das kommt, wissen sie auch noch nicht. Also, da bin ich dann, äh, auf die Schnauze gefallen. Bei dir ist immer noch, äh, die Feuerwehr oder die Einsatzklasse. Das ist heute, äh, das ist heute richtig schlimm, ne. Also, äh, ich hab mich schon gewundert, die erste halbe Stunde, warum es so ruhig ist. Das hat sich alles aufgestaut, ne. Das verschwendet sich alles. Kommt jetzt alles zusammen. Ja, ich mein's. Ist euch sowas schon mal passiert, dass ihr einfach blauäuch an irgendwas rangegangen seid und ihr dacht, das müsste eigentlich funktionieren? Und es funktioniert nicht? Ich finde unsere, äh, Serie gerade in den Livestreams GTK-App bauen. Ist, äh, genau so ein Beispiel. Also, ich hätte nicht gedacht, dass GTK doch so kacke ist. Also, ich komm noch gar nicht mit klar. Ich glaub, du genauso wenig, oder? Das ist ein Erlebnis. Ja, da muss ich sogar zugeben, dass ich genau die Serie bei euch noch gar nicht verfolgt habe. Großartig. Den Rest guck ich mir immer irgendwo ein bisschen mit an. Aber GTK-App, ja. Du weißt schon, wieso. Wie? Das ist ein Punkt, ja, klar. Jetzt hab ich aber auch noch weniger Ambitionen, mir das anzugucken und nachzuholen. Ich glaub, jetzt habt ihr mich verloren. Du musst das ironisch dir angucken. Dann ist es okay. Okay, okay, okay. So einfach geht es mit GTK. Und die Dokumentation ist auch super. Das E in GTK steht für einfach. Ja, genau. So ist das. Aber, ja. Die Ironie bei mir mit dem WLAN war ja sogar noch, ich hab einen Adapter gebraucht, den ich extra auch noch genommen habe, weil ich das ausprobieren wollte. hab den noch für einen Zehner dazugekauft und dann festzustellen, wie es geht. Zur großen Verteilung von OpenBSD, OpenSense und PFSense. IPv4 kann das aber auch noch nicht. Ich glaub, da geht's nur bis zum N-Standard und die können auch noch nicht AC und AX, weil hat ja ein Proxmox unten drunter. Ich hab ja ein bisschen durchprobiert, so nebenbei, heimischen Experimentationslabor hier, aber, ja, das war genau so. So ein Schuss in den Ofen, sagt man doch so schön. Ja, ich muss sagen, so mit diesen Router-Sachen bin ich noch ziemlich unbeschriebenes Platz mit diesen anderen Routern. Also ich hab schon mal im Support so was gemacht. Das ging auch halbwegs. Ich glaub, das war OpenSense. Ähm, aber, ja, so richtig, so richtig warm geworden bin ich nicht mit. Aber, ähm, also wofür machst du's? Einfach so zum Spiel und Spaß oder so? Hey, dann hast du den coolen neuen Standard oder endlich die beste Geschwindigkeit für 4K-Videos. Ähm. Vielleicht geht dann meine Pixel besser. Na, wer weiß. Vielleicht kann ich's dann besser analysieren. Ich weiß es noch nicht. Ähm, nee, ich möchte im Allgemeinen so ein bisschen... Einen Sicherheitsstandard hier, äh, im Heim und Hof, ähm, anheben. Gerade ja, weil ich auch hier das Homelab habe und Sachen nach draußen hoste, da hätte ich einfach ganz gerne ein bisschen mehr als nur einen Consumer-Router dazwischen deswegen. Und es ist ein relativ, in Anführungszeichen, relativ, ähm, günstiges und flexible Methode, dann eben wirklich sein Netzwerk mal umzurüsten, zu erweitern. Ist Punkt. Okay. Cool. Ja, wie lang brauchst du noch so ungefähr? Ähm, äh, wie viel Prozent hast du? Na, noch nicht viel. Ich bin ja noch in einer experimentellen Phase. Ich muss da mal gucken, dass ich mir jetzt dadurch, dass ja eine WLAN-Karte nicht funktioniert, äh, einen Access-Point irgendwie besorge. Das wird uns noch ein paar, äh, Monde beschäftigen. Also mich. Ist ein Punkt. Ja, okay. Ja, Horstix schreibt, äh, PF ist, also PF Sense ist als Paketfilter schon richtig gut. Da musste ich mit IP-Tables schon schwer hinterher basteln, ne? Oder das musst du dann, ne? Ist vielleicht ein Punkt. Ja, gerade auch der Rest mit, äh, wenn man es hinkriegt, einen transparenten Web-Proxy, auf Web-Ebene dann sogar noch einen Viren-Filter dazwischen zu hängen. Die Möglichkeit, R-Spam-D auf Netzwerkebene, äh, zu etablieren, dass alles, was irgendwie E-Mail-technisch bei dir ins Netzwerk reinkommt, schon mit R-Spam-D nach Spam gecheckt wird. Da gibt's so viele verrückte Möglichkeiten, wie du dir einfach noch eine Zusatzschicht im gesamten Netzwerk etablieren kannst, dass, wie gesagt, die Möglichkeiten sind da mannigfaltig und, äh, ich steh noch soweit am Anfang. Das werden wir dann im Anschluss auch nochmal durchgehen. Also ich will dann nochmal auf die, äh, Hardware so ein bisschen eingehen, dann das alles nochmal ein bisschen keiner ausführen, wie ich auf die Klasse gefallen bin und alles. Das kommt dann heute noch im Anschluss. Falls Hauke nachher wieder fragt, kommt denn noch was? Ja. Heute kommt wieder was. Ach, kommt heute im Anschluss noch was? Ja. Ah, es kommt was. Das ist ja toll. Unglaublich. Also, ne, Saint of Sinner und so bei Twitch, ne, auf jeden Fall, egal von wo ihr jetzt so guckt, da gibt's im Anschluss noch was. Genau. Ähm, wo du IP-Fire sagtest, das hab ich auf Raspberry Pi installiert und der hat ja ab, wann haben sie die integrierte WLAN-Karte eingebaut, ab ein Zweier oder ab ein Dreier? Dreier. Also, äh, dann ist es auf jeden Fall ein Dreier, wo es drin ist, ähm, äh, da hab ich zwei Netzwerksschnittstellen drin, einmal die interne plus eine über USB angebunden und das Ding macht halt, äh, Dinge. Da stöpse ich Geräte an, die ich vielleicht nicht so ganz vertrauenswürdig finde. Und dann dachte ich mir, hm, da ist doch diese WLAN-Karte drin. Könnte man daraus jetzt vielleicht auch noch einen Access-Point bauen? Ähm, die Antwort ist theoretisch ja, aber ich hab's auch noch nicht hingekriegt. Also, ähm, verschiedene Dokumentationen durchgekramt, wie man das machen soll, äh, genauso gemacht, funktioniert nicht, irgendwo Videos geguckt, glaube ich, dazu, äh, auf anderen diversen Seiten und so. Also, es funktioniert irgendwie nicht. Also, das Ding routet nicht. Also, weiß ich nicht. Also, von daher, äh, äh, zum Thema, ne? Also, Firewall-Lösungen plus es dauert länger, als man denkt, äh, das ist für mich IP-Fire auf Raspberry Pi. Ja. Man muss auch dazu sagen, diese Web-UI, diese Anbietung, also, nicht nur, dass diese Netzwerk-Problematik eh schon hochkomplex ist, erschwert IP-Fire das Ganze noch mit einem unintuitiven User-Interface. Ich hab, ich hab damals das auch mal ausprobiert auf dem Raspberry Pi. Da war ich schon nicht besonders begeistert. Man hat sich so durchgeklickt. Und dann hatte ich's ja vor kurzem mir nochmal angeguckt, um das mal mit dem WLAN zu vergleichen. Und da wusste ich eigentlich schon, ei, ei, nee, also, nee, ist nicht, ist, ist nicht bedienbar. Also, man muss so lange um der Ecke denken und dann sucht man und guckt man und ach, das hat mir nicht gefallen. Ist auch irgendwie so ein bisschen, äh, wo wollte ich jetzt hinaus? Ähm, ja, für den Netzwerk-Admin nur, ne? Der kennt sich da aus, das ist egal. Das ist nicht, ja. Wollte den Ball wieder so zu dir jetzt leicht zurückspielen mit, das ist auch so ein Produktivitätskiller, wenn die UI nicht passt. Das kann der Linux-Assistent besser. Den Fünfer kriegst du später. So, ähm, ja, auf jeden Fall. Da gibt's doch auch ein Firewall-Modul, oder? Äh, also jedenfalls, du kannst, äh, in der Sicherheitsprüfung checken, ob die Firewall an ist. Das macht er schon automatisch. Und wenn sie nicht an ist, klickst du auf Beheben und zack, ist sie an. Oder wird installiert und ist an. Na ja, boah, spitze. Nee, aber, ähm, nee, ich wollte gar nicht drauf hinaus. Also, äh, hier Richtung IP, Fire und so weiter sind wir ja schon so ein bisschen. Ich hab letztens mal wieder IPv6 ausprobiert. Und? Ähm, auf meinem Server. Und ich glaub, ich hab's vor einem Jahr ausprobiert, oder vor zwei Jahren, äh, als Hetzner diese extra Preise eingeführt hat. Und ich als Sparfuchs, ach, diese 60 Cent pro Monat, die sparste dir. 60 Cent, die, die kann ich mehr. Ja, genau. Ja, die sparste dir, ne? Erstmal, erst mal eine Stunde, da wird rumgetan. Und dann, ähm, das dann wieder, ja, aktiviert. Und jetzt letztens wieder, weil ich im Zuge zu OpenStack, ähm, im Bereich Netzwerk, ähm, nicht, nicht Spreading, sondern hier diese, ähm, basteln? Nee, auch nicht. Ähm, wenn, also, wenn du im IPv4-Netzwerk irgendein Paket sendest, äh, tust du das, äh, eigentlich überall hinsenden, sozusagen fast. Und, äh, nur irgendwo kommt's an, äh, dieses, ich weiß nicht, wie das Wort gerade heißt. Broadcast? Und, äh, ich bin, glaube ich, damit gescheitert, dass ich, also ich bin weitergekommen, aber der Browser, ich glaube, der Browser wollte dann auch gar nicht. Also klar, man muss solche IPv6-Adressen in eckige Klammern setzen im Browser, ähm, aber irgendwo, ich glaube, den Deport, äh, Anzahl konntest du nicht wechseln und so weiter, da hast du nicht gesehen. Also ich glaube, ich war nach einer Stunde oder nach zwei Stunden wieder fertig damit, äh, weil auch Linux in ganz, ganz vielen Hinsichten auch vom Routing her, vom Default-Routing nicht über IPv6 geht, sondern IPv4, ähm, und du das gar nicht so richtig, äh, rüberbekommen hast, ohne das einzustellen. Und nach zwei Stunden hab ich mir gesagt, okay, das dauert wahrscheinlich nochmal zwei Jahre, bis ich es dann wieder ausprobiere, ähm, ich weiß nicht, wer wirklich IPv6 ernsthaft einsetzt, ich wüsste keinen, weiß ich nicht, vielleicht gibt's jemanden von euch und hat vielleicht 20 Tipps, wie das besser geht, oder vielleicht nur einen. Also ich sag mal so, ich konfiguriere das immer mit auf den Web-Server. Ja, genau. Und mach die Domains auch darunter erreichbar, aber, ähm, das nur unter IPv6 erreichbar zu haben, ist kontraproduktiv, weil es immer noch richtig viele Systeme, oder Legacy-Systeme gibt, die einfach mit IPv6 immer noch 2024 immer noch nichts anfangen können. Also gerade auch die, diese wilden, ähm, von IPv4 ins V6-Netz genattete Provider-Netze gibt's ja auch noch, also hier aller, oder, oder, oder wie sie alle heißen, da kriegt man ja auch mehr Probleme, äh, als alles andere, wenn man nur IPv6 hat. Also, das ist, das ist alles irgendwie noch ganz schön, äh, ich würd jetzt schon fast wieder sagen Neuland bei uns, aber es ist eigentlich zu traurig, dass es, äh, Leid gibt's, in so einer Geschichte ist das Beispiel. Ja, ja, oder genau auch so irgendwie, ich glaub, du kannst keine lokalen IPv6-Adressen irgendwie durchrouten oder erreichen oder sowas, das hab ich auch gehabt letztens, also halt in diesem Versuch, also wirklich so ganz, ganz merkwürdige Fehler. Ja, und am Ende würde ich sagen, äh, da schaffen wir ja fast die Migration auf Valentin besser, als die Migration auf IPv6. Also, ähm, schlimm, sehr schlimm. Aber gut, was willst du machen? Ich hoffe, das, äh, bessert sich mit der Zeit, ähm, und immer mehr Bibliotheken unterstützen das und unterstützen das gescheit, aber aktuell, äh, also es ist absolut, also fast unbrauchbar, bin ich ehrlich. Also, klar, ich glaub, du kriegst mit ganz, ganz viel Spucke noch so ein bisschen was hin, aber da hast du keinen Spaß mit. Ähm, und wir brauchen das hier ja auch nicht. Also, Deutschland, ähm, mal abgesehen von ist alles Neuland, mit IPv4-Adressen haben sich unsere Provider und Institutionen und sonst was eigentlich ganz gut eingedeckt. Von daher ist bei uns auch nicht so der große Zwang, dass man jetzt die Version 6 verwendet. In anderen Ländern sieht es anders aus. Also, ich meine, ich hab irgendwo mal gelesen, dass gerade der asiatische Raum nicht viele von diesen IPv4-Versionen gekriegt hat. Und, äh, da es da sehr viele Menschen, sehr viele Geräte gibt, brauchen die halt, äh, also IPv6. Sonst geht das eben nicht. Und da scheint das wohl ja auch zu funktionieren, ne? So, bei uns braucht man jetzt halt auch wiederum Neuland, wollen wir nicht, nicht, also wir brauchen es halt nicht, ne? Und von daher, hm, ja. Der Horstix schreibt, äh, schreibt sogar, ist von 2006 oder so. Ich glaube, das ist sogar noch vor den 2000ern, IPv6. Das ist sogar noch älter als gedacht. Das gibt's schon relativ lange, ja. Ja, es ist schlimm. Naja, aber gut, das, äh, ist auch nochmal so ein Punkt. Ja, ähm, ich muss sagen, auch, äh, in den allermeisten Fällen brauchen wir es ja selber gar nicht, sondern wir kommen ja mit dem IPv4 eigentlich zurecht. Und durch das genattete schafft man ja, glaube ich, auch nochmal unglaublich viel. Ähm, und, äh, aber ja, irgendwann werden die öffentlichen IPv4-Adressen ausgehen, ne? Und, äh, irgendwie, ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie das weiter auch mit dem Servermarkt geht, wann dann dann wirklich, äh, noch viel, viel mehr vielleicht für IPv4-Adressen zahlen möchte oder sowas. Und ich denke, erst dadurch wird bei uns jedenfalls jetzt hier dann erst dieser Umstieg nach und nach erzwungen, sag ich mal. Ähm, naja, so ist das eben. Na, gab's schon bei Windows 2000 Professional. Mmh. Im, äh, Wikipedia sagt, 1998 wurde es spezifiziert. Ja. Also seit knapp, ne, nicht knapp 30 Jahren, also. Nö, irgendwie das noch nicht. Da war Ubuntu noch nicht mal da. Ja. Und es gab schon IPv6, sorry. Das Vierteljahrhundert haben wir aber schon geschafft. Ja. Schlimm. Naja, so ist es. Benutze es, also ich, ich konfiguriere es einfach mit, um, damit es eben nicht in Vergessenheit gerät, und, ja, irgendwann, es ist ein wenig traurig, aber wir müssen halt auf den, den Rest der Infrastruktur in, dann, in unserer Datenautobahn oder wie es auch immer beschrieben wird, warten. Happyv6 ist halt die Zukunft seit 1990. Das ist sehr schön beschrieben, ja. Die Zukunft aus den 90ern, wer kennt's nicht. Auf jeden Fall. Zurück in die Zukunft oder so, ne. Das war, wann kam der? In den 80ern? Der Film oder 90, 80er, glaube ich, war das, ne? Ah, es gab ja drei. 2015 sind die hingereist. Das heißt, 2085. Ich guck kurz. Ja, genau. Ich glaub, 2, äh, nee, in 1985. 1985. Das müsste, ich glaub, der eine, da, wo die 30 Jahre in die Zukunft reisen. Das war 2015. Da war ja dieser, äh, Back to the Future Day, ne? Wo halt genau dieses Datum aus dem Film war. Wo wir schon die, äh, hier, die, äh, Nuklearreaktoren oder sowas in jedem Auto hatten, ne? Die Hoverboards, ne? Ganz klar. Also, das, was er bei mir rausgezogen hat, übers Jellyfin, ist zweimal 1998, äh, 1 und 2 und der dritte dann 19... Ach, okay, okay, gut. Hm. Aber wie gesagt, das ist... Könnte eine leichte Unschärfe sein. Naja, das passt schon. Was müsste so hinschauen? Du willst doch heute noch was schaffen, hab ich gehört, oder? Naja, so spät ist es. Willst du sowas werden? Äh, nö, 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 nö. Äh, nee, aber... Was haben wir denn noch? Dass man sich immer so verschätzen kann, ist halt immer, äh, was jetzt verschätzen, ist halt manchmal... Manchmal vergisst man, äh, professionell, ne, professionell zu sein, ist jetzt auch Quatsch. Aber sich dann doch mal ein bisschen vorher zu informieren und nicht zu lauergig ranzugehen. Vielleicht dann doch die Welt ein bisschen schlechter sehen, als sie ist. Nee, oder... Doch. Die Welt schlechter darstellen lassen, als sie ist. So, um es vielleicht immer einfacher, als dann zu merken, Mensch, das ist ja jetzt enttäuschend, dass das nicht geht. Oder dass man sich halt so verschätzt hat, vielleicht. Ja, hat mich ein bisschen enttäuscht, dass das mit dem WLAN so ein... So Miss-Learning war. Das ist halt, weiß ich, ob ich irgendwann mal umverteilen muss. Keine Ahnung. Oh ja. Hm. Das ist schon schlimm manchmal. Ja gut. Was man dann doch so verliert dadurch. Das ist auch nicht die Welten, aber halt... Wie sagt man so schön, das ist halt Leergeld. Also ich weiß, FreeBSD und WLAN, lass mal lieber sein. Naja. Man wird ja... Man lernt nie aus, das ist das Schöne. Und in fünf Jahren machen wir alle den gleichen Fehler nochmal. Nur dann eben mit IPv6. Hoffentlich. Ja, man weiß es nicht. Ich bin gespannt, aber ich glaube, das wird IPv4 ändert sich auch die nächsten... Oder IPv6 ändert sich die nächsten zehn Jahre auch nicht sonderlich. Also ich sehe keine Anstrengung irgendwo, dass sich da irgendwas groß jetzt bewegt. Von daher. Nötigkeit nicht da, ist das echt... Ja. Ernüchternd. Nennen wir es so. Sehen wir auch so ein bisschen bei Wayland in gewisser Weise. Also es geht ja wirklich schleppend voran. Wobei jetzt ein bisschen uns die Pistole ja auf die Brust gesetzt wird. Durch Gnome, glaube ich. Oder ich weiß nicht. Woher jetzt das kommt, dass wir kein Wayland mehr haben. Kein X-Org mehr haben. Ab 2026, glaube ich, in Ubuntu oder sowas. Nee, war das nicht Fedora mit KDE? Also Fedora mit KDE ist da schon durch, genau. Ich denke auch, Fedora mit Gnome wird das in den nächsten zwei Versionen wahrscheinlich machen. Aber Ubuntu wird ja auch Wayland beispielsweise, also X-Org rausschmeißen. Ich glaube 2026. Sodass MINT 23 auch nur noch Wayland haben wird. Da ist tatsächlich auch gerade eine sehr, sehr spannende Diskussion bezüglich, welches Fensterframework nimmt MINT langfristig. Weil beispielsweise GTK 4 schimpft der Clément Leprefer auch sehr, sehr rum. Also der Hauptentwickler von Linux MINT. Und genau, eigentlich wollen sie das nicht verwenden und bleiben noch so lange auf GTK 3. Das gefällt ihm sehr gut. Aber langfristig sucht er da vielleicht auch nochmal eine andere Sache. GTK 4 will er eigentlich nicht. Also vor allen Dingen, wenn du siehst, was die halt immer wieder rausschmeißen, die ganze Themen und so weiter, werden nicht mehr unterstützt. Und darauf hat er, ich glaube er hat es nicht so ausgedrückt, aber am Ende kommt so rüber, er hat einfach keinen Bock drauf. Also das kann ich auch nachvollziehen. Von daher bin ich mal gespannt, was da kommt. Da sind halt auch noch massive Kinderkrankheiten drin. Leider Gottes. Was gibt es denn sonst noch für große Alternativen? Also Qt gibt es natürlich noch. Und dieses TK, was uns da während des Livestreams zu GTK vorgeschlagen wurde. Warum nehmt ihr nicht das? Und FLTK fällt mir noch ein. Aber gibt es noch irgendwie was, was ein sinnvoller Ersatz wäre? Ich glaube, dann kannst du direkt zu TK Inter. Nein, Spaß. TK Inter ist ja dieses Ding von Python. Das kann aber nicht so super viel. Und ansonsten direkt zu EM GUI vielleicht oder OpenGL oder sowas gehend. EM GUI ist, ich weiß nicht, kennt ihr EM GUI? Das ist die C++ Bibliothek für UIs. Das verwenden fast alle großen Game Engines und so weiter. Oder ich könnte mir vorstellen, dass da auch Teile von EM GUI in GTK und so weiter stecken. Das ist die UI Bibliothek schlechthin. Womit du alles machen kannst, die aber halt auch am Anfang sehr rudimentär daherkommt, sagen wir es mal so. Ganz freundlich. Aber ansonsten, ich glaube, es ist auch nicht von ungefähr, es kommt auch nicht von ungefähr, dass Ubuntu auf Flutter wechselt. Das nutzen die jetzt für ihre alle neuen Applikationen und so ein bisschen kann ich es vielleicht auch nachvollziehen. Vielleicht haben sie auch die Schnauze voll von GTK 4. Aber Flutter hat absolut gar keine Unterstützung für irgendwelche Themes. Deswegen habe ich mit dem Linux Assistant auch da so ein bisschen was anderes gemacht. Der ist auch in Flutter geschrieben. Weil, ja, es lohnt sich eh nicht. Also, man kann es vergessen. Und das Einzige, was ich mache, ist die System-Icons nachladen. Das ist ein Python-Skript oder es geht über eine Python-Briothek. Das ist, glaube ich, ziemlich cool auch. Und ich glaube, das finden die meisten, fühlen sich die meisten auch ein bisschen heimischer dann damit. Aber den Rest kannst du vergessen. Und von daher, ja, ich wüsste nichts anderes, bin ich ehrlich. Außer den schönen Terminal-GUI. Es gibt ja ganz viele TUIs, heißt es, glaube ich, die du dann da einbauen kannst. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oder ob ihr da noch was kennt. Vielleicht auch die Zuschauer. Kiwi eventuell. Das sagt mir nichts. Also, die ist FLTK, was ich da meinte. Das wird seit 21 Uhr nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Also, Kiwi ist Open Source, Python App Development Framework. Ansonsten natürlich ganz klar HTML, CSS. Und JavaScript. Das ist ja auch viel häufiger im Kommen, als man denkt. Also, wie viele Anwendungen wir mittlerweile, also wie auch ich teilweise nutze, die nur in HTML und CSS und so weiter geschrieben sind. Also, das ist schon beträchtlich. Hier Signal beispielsweise. Visual Studio Code. Gut, ich habe Spotify noch sowas in die Richtung. Das ist jetzt nur das, was in meiner Leiste angeheftet ist. Das ist schon, ich glaube, oder Element beispielsweise. Da gibt es schon viel, was dann nur in HTML, CSS geschrieben ist. Und so ein bisschen verstehen kann ich es, bin ich ehrlich. Also, weil vor allen Dingen dadurch wird ja die Unterstützung für mehrere Plattformen ja viel einfacher. Und, ähm, aber für die Linux-Systemanwendungen ist es natürlich vielleicht nicht die beste Option. Wobei, ich meine, Just, ähm, habe ich gehört, die wollen auch auf eine HTML, CSS, ähm, also auf eine Web-App gehen, tatsächlich langfristig. Da soll was kommen. Bin ich mal gespannt. Interessant, ja. Ähm, noch ein Tipp, äh, aus einem der drei Chats, äh, Eist, ähm, also wie, wie gefroren, äh, GUI gibt es auch noch, ist eine Bibliothek für Rast. Ah, na gut, macht Sinn, wenn der Cosmic Desktop da aufbaut und der wird ja auf Rast gebaut. Ja. Sehen wir direkt auch in der Showcase-Seite, direkt auf Eist, als erstes Cosmic Desktop Environment. Ja gut, ist ja so ein Pionier-Projekt, muss ich auch sagen. Ich denke, Rast ist auch ein sehr, sehr cooles Ding an sich, ähm, für die Leute, die programmieren. Ich muss sagen, ich hab mich nicht mehr als mit den Basics beschäftigt, aber das könnte langfristig ein neuer Standard werden, ähm, und sowas wie C und C++ langfristig ablösen. Sehen wir ja im Kernel auch schon, ne, von daher. Ich glaube, das könnte ein neuer, ich glaube, das könnte eine neue Ära werden, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Das sieht man, glaube ich, erst mal im Hinter, ähm, im Nachhinein. Das wird die Zeit zeigen oder, äh, ja, Zeit bringen. Aber ich find's ja gut, dass sie jetzt so langsam wieder die Stimmungskurve nach oben steigen lässt, weil wir ja doch, äh, über die letzten zwei Themen relativ weit, äh, gegen Normal Null uns, äh, orientiert haben, stimmungstechnisch. Äh, zum Schluss fand ich noch ganz interessant, Tuxedo arbeitet an einem ARM-Notebook. Und ich glaube, noch kein großer anderer, ähm, Linux-Hardware-Hersteller macht das, weil System76, Cosmic Desktop, PopOS, die sind halt mit dem Cosmic Desktop beschäftigt und haben da, glaube ich, gar nicht so die, ähm, ja, die Ressourcen, um das jetzt zu machen. Und ansonsten, die anderen, die man so kennt, benutzen eigentlich auch nur das, was da ist. Also, das, äh, finde ich dann schon wieder, äh, da sieht man mal die Schere, wie sie in Deutschland ist. Also, die Infrastruktur ist irgendwie ein bisschen komisch, aber die Pionierarbeit wird dann auch bei uns gemacht. Irgendwie, hm, schon schön. Auf jeden Fall, ja. Cool. Ähm, also, äh, bei den anderen Sachen, die bei Tuxedo drin sind, da ist ja nicht so viel Eigenarbeit mit bei. Ähm, das ist ja, ach, wie heißt denn diese, Klee, wo heißt die Firma? Also, die macht sehr viel dabei. Der Anteil, den Tuxedo da macht, ist wahrscheinlich sehr gering. Und, äh, wie hoch der jetzt bei so einem Arm-Notebook, äh, ist, ich tippe mal auch auf eher gering. Ähm, ähm, was die, äh, ja wohl gerade probieren, ist, äh, Anpassungen zu machen, damit das, äh, eine runde Sache ist. Und in diesem Artikel, den, ähm, ihr vielleicht beide gelesen habt, da wurde, äh, auch eine KI-Beschleunigung mit angepriesen, ist da irgendwie mit bei. Okay, klingt ja erstmal, äh, ganz praktisch, dass man sowas lokal machen kann. Die Frage bei diesen ganzen speziellen KI-Beschleunigern ist da ja, wie steuert man das da an? Gibt es dafür überhaupt irgendwie Software? Das ist ja ein großes Problem insgesamt. Äh, das, äh, haben, äh, andere ja auch als Problem. AMD in den CPUs ist wohl auch sowas in den neueren drin, was toll sein soll. Intel macht sowas. Äh, dann gibt es diverse, äh, Bausteine, die bei ARM mit drin sind, die sowas auch können sollen. Bloß die Unterstützung ist halt, ähm, eher so ein bisschen, also mau oder auch so gar nicht existent. Äh, äh, ja, ja, und, ähm, die Frage ist natürlich, was kostet das nachher? Ist das ein Liebhaberprojekt, so ein ARM-Notebook? Da haben sich ja andere auch immer mal wieder dran versucht. Microsoft hat das immer mal wieder probiert. Auch mit großen Herstellern zusammen, hat nie funktioniert, wollte keiner haben, hat, also es lief einfach nicht rund genug. Von daher, dass, äh, Tuxedo jetzt da so ein rundes Produkt ausliefert, was auch noch irgendwie halbwegs bezahlbar ist. Ich sehe das eher so ein bisschen pessimistisch, dass das nachher einfach sich irgendwie lohnt. Denn vor allem der Vorteil, den du davon hast, äh, hast du wirklich einen, vielleicht längere Akkulaufzeit? Und, äh, also, muss ja auch irgendwie am Endbenutzer, äh, ankommen, dass du, äh, da meinst, aha, das ist jetzt besser als Intel-AMD-Gerät aus irgendwelchen Gründen. Und mal gucken. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, ähm, oder ist auch wieder so ein Vergleich, wie wir es jetzt schon zweimal heute hatten. So mit dem, ja, von, äh, X-Org auf Wayland, von IPv4 auf IPv6, wenn man so einen riesigen Standard wechselt, die halt, ähm, miteinander, wo die Umstellung nicht ganz leicht ist, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe mir jetzt die Seite mal angeschaut, äh, was sie da schreiben. Sie meinen, ja, sie sind, ähm, aktuell noch in einer großen Alpha-Phase, von daher, also ich denke, na, da ist auf jeden Fall noch viel Wasser, was im Berg runterläuft. Ähm, und, ähm, ich bin mal gespannt. Ja, ob da was kommt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich finde es gut, dass wir das Ding angehen. Und, äh, so langsam haben wir ja 32-Bit beerdigt und ich habe das Gefühl, dass wir, ja, AMD64 dann auch irgendwann beerdigen werden. Weil es ist schon energieeffizienter und was ich auch meine, mal gehört zu haben, ist, dass einfach durch die Monopolstellung einfach gar keine andere Architekturen weiterentwickelt wurden oder irgendwie groß, äh, an den Mann gebracht wurden, jedenfalls im Endconsumer-Bereich. Ähm, wodurch, äh, sich dieses... Ähm, 64 oder dieses AMD64 sich so, ähm, ausgebreitet hat, obwohl es doch AMD-technisch schon, ich glaube, noch weitere, was einfach viel effizienter an manchen Stellen ist. Ich glaube, du hast auch viel größeren Befehls-Satz, meine ich, oder auf jeden Fall einen ganz, ganz anderen. Und, ähm, ich denke, da kann auf jeden Fall noch Cooles kommen. Aber diese Umstellung jetzt, die wird hart. Ähm, Microsoft geht das ja jetzt an. Genau, das war ja auch ganz groß hier bei der Microsoft-Konferenz vor ein paar Wochen. Microsoft Build hieß die, glaube ich. Und, äh, die gehen jetzt den ähnlichen Schritt wie Mac, oder wie die Macbooks vor vielleicht drei, vier Jahren mit ihren ARM-Chips. Ich glaube, ähm, M1, M2, M4 und so weiter heißen die ja. Und ich glaube, das wird auch nach und nach auf Linux rüber schwappen und wir werden uns damit immer mehr beschäftigen. Und da muss man sagen, ist Debian wahrscheinlich schon aktuell eine der wenigen Distros, die da weit voran sind auf jeden Fall. Vor allem, weil sie ja immer schon solche anderen Architekturen einfach ganz gut unterstützen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich euch Tod, äh, Todpalaver. Das ist doch auch geschönt, ne? Also von daher ... Nee, man muss ja erst mal verarbeiten, was du jetzt alles, äh, gesagt hast. Aber, ja, gebe ich, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Erstmal muss irgendjemand Pionierarbeit irgendwo leisten. Bei mobilen Geräten war es nun mal, ähm, Apple, die einfach durch ihre Monopolstellung, kann man jetzt nicht sagen, aber monopolistische, äh, Arbeitsweise einfach gesagt haben, wir machen jetzt ARM. Wir stecken da jetzt alles rein. Wir können es aber auch, weil wir die einzigen sind, die, äh, wirklich Einblick ins Betriebssystem haben und was ist rausgekommen? Eine, ähm, eine, ähm, sehr energieeffiziente und deutlich leistungsfähige, äh, CPU als, äh, jetzt, äh, vergleichsweise x86-Hardware. Und, ja, ich hoffe, dass Tuxedo sich da nicht, ähm, entmutigen lässt, dass da auch irgendwo Anklang und, und, ja, enthusiastische Tester irgendwo, äh, da sind, die sich dann für ein ARM-Notebook entscheiden, weil ... Es wird garantiert irgendwo ein paar, ja, ja, Stolpersteine geben, aber wenn die beseitigt sind, ist das, glaube ich, wirklich wichtige Pionierarbeit, die, die Zukunft definieren wird. So. Ähm, dann noch ein bisschen Klugscheißerei am Rande. Also, äh, von wegen ARM ist, äh, RISC, also Reduced Instruction Set Computer. Also, die haben, äh, weniger verschiedene Befehle als, äh, die anderen. Das Gegenteil ist CISC, äh, Complex Instruction Set Computer. Ähm, ähm, ja, und, ähm, ARM ist ja schon relativ weit verbreitet. Und die, ähm, Energieeffizienz, äh, die ergibt sich ja üblicherweise daraus, dass man nicht so viele Hochleistungsberechnungen drauf macht. Ähm, es gibt ja auch die, also das andere Stück, diese, äh, Ampere, äh, äh, großen CPU-Dinger für die Rechenzentren, die auf ARM-Basis sind. Also, die verbrauchen auch nicht gerade wenig. Und, ähm, ähm, ich glaube, das stimmt immer noch. Äh, gelesen habe ich, dass, äh, das insgesamt von der Energieeffizienten nicht wirklich, äh, besser ist als x86. Wenn du in diese Leistungsbereiche gehst, das sieht man ja auch an den Raspberry Pis, also die, die hochgezüchteten, äh, Dinger da, die verbrauchen halt auch deutlich mehr. Also, der Fünfer, der, äh, zieht jetzt ja schon relativ viel im Gegensatz zu dem Ersten oder zu dem Zero. Also, es kommt drauf an, was du damit vorhast. Also, von, von bis. Das tut sich wohl nicht wirklich was. Und, äh, insgesamt interessant, äh, interessanter finde ich eigentlich eher, äh, RISC-V als wirklich, ähm, offenes System, ähm, im Gegensatz zu ARM. Das gehört der Firma ARM letztendlich. Die verkaufen auch Lizenzen. Also, Apple hat ja auch so eine Lizenz gekauft, damit sie das machen dürfen. Aber wirklich frei ist eigentlich bloß, äh, RISC-V. Und da diese Produkte, die da kommen oder, äh, zum Teil auch schon wirklich da sind, finde ich interessanter. Denn, ob das jetzt ARM ist, AMD, Intel oder was weiß ich, das ist, ähm, das schließen die ja doch wieder weg. Na, also, von daher. Und, äh, in dem RISC-V-Bereich, ähm, da gibt es auch schon eine relativ große Palette. Also, vom Microcontroller bis zum, naja, ist, ist natürlich, äh, noch nicht, äh, so wirklich schnell. Aber, äh, da gibt es wohl auch, äh, so ein kleines Notebook schon. Ja, aber, finde ich, finde ich spannender als nochmal dasselbe, was wir eigentlich schon, äh, ewig lange kennen im neuen Aufguss und wahrscheinlich doch sehr, sehr teuer. Ja, auch Open Hardware. Absolut. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir auch sehr gerne mal vergessen, sag ich mal, ne. Also, ich glaube, da erwischt sich jeder vielleicht, also jedenfalls ich erwische mich da immer wieder. Da schaut man dann doch eher auf die verwendete Software oder das, was drüber liegt, anstatt auf die unteren Parts. Das stimmt schon. Eine Sache zum Ende. Ähm, so ein bisschen, jetzt, weil ihr ganz viel Hardware angesprochen habt. Ich habe letztens einen sehr schönen Kommentar gefunden. Ich, äh, ähm, ihr kennt ja alle den Spruch, ja gut, ähm, während des Goldrauschs in Amerika, ne. Ähm, wurdest du eigentlich vor allen Dingen reich, wenn du Schaufeln verkauft hast. Und, äh, genau das so ein bisschen sieht man ja wahrscheinlich gerade mit Nvidia und dem AI-Hype, ja. Sie verkaufen am Ende auch nur die Schaufel. Ähm, das fand ich schon irgendwie, ja, sehr, sehr zutreffend. Beispielsweise dadurch, dass ich gerade sehr viel mit High-Performance-Computing auch zu tun habe, ähm, gibt es so ein Projekt, eigentlich ein ziemlich cooles Projekt für mich als Bayer. Äh, die Bayern-KI wird gerade tatsächlich, äh, aufgestellt. Und da ist Erlangen, also, äh, da, wo ich studiere, äh, auch ganz, ganz groß mit dabei. Die bekommen eine Menge Geld, wo sie jetzt erstmal richtig schön shoppen gehen dürfen. Äh, das, äh, ist schon ziemlich cool, das ein bisschen auch, äh, mitzubekommen. Und da, ähm, so super viele Rechenzentren und, äh, tatsächlich auch, äh, ja, Institutionen in verschiedenen Regionen rüsten da gerade extrem auf, äh, aus. Und, äh, ich glaube, da, ja, befindet sich vor allen Dingen erstmal Nvidia in diesem Goldrausch. Ähm, und, äh, ich glaube, langfristig werden wir da noch viel, viel, viel mehr Punkte sehen und Projekte sehen, wo sich KI noch viel, viel größer durchsetzt. Und tatsächlich auch in Richtung, äh, freie Entwicklung jedenfalls, ähm, dass da doch noch einiges kommen wird. Und da haben wir schon gute, positive Beispiele, wie Lama 3, unter anderem, äh, von Meta, die da den Open-Source-Weg gehen. Und, ähm, von daher, ich glaube, wird das zukunftstechnisch schon auch ganz cool in der Zukunft. So, ich glaube, jetzt, jetzt bin ich durch. Wird ganz cool in der Zukunft, damit können wir abschließen, würde ich mal machen. Äh, in der Zukunft, genau. Genau, zukunftstechnisch wird das in der Zukunft wirklich gut, ja. Ja, dieser Text wurde von einer KI generiert. Die Jean-KI. J-I, genau. Ja, genau, so ist das. Gut, dann bringen wir es zum Abschluss. Ähm, danke fürs dabei gewesen sein an euch beide. Jeden einzelnen live dabei gewesen seienden bei Twitch, YouTube oder bei... Linusgeiz live. Und natürlich auch danke für jeden, der sich das dann nochmal später bei YouTube anschaut oder bei Spotify hört. Macht's gut, ciao. Macht's gut und, ähm, jetzt haben wir noch diese Nachlaufzeit, nicht? Das können wir gerne machen. Damit nichts abgeschnitten wird. Oder wir benutzen noch ganz kurz die Werbefläche, um nochmal die Werbetrommel zu rühren. Ich dachte, das wird jetzt mit übernommen von einem von euch. Nutz-Lilux. Ja, ja, ja. Es gibt gleich hier Sand of Sinner auf Twitch, ne, wer da noch nicht ist. Ähm, dort werdet ihr jetzt ganz viel Router-Zeugs machen. Ähm, da werden wir uns groß drauf freuen. Und ansonsten hat der Hauke auch ganz coole, äh, einen ganz coolen YouTube-Kanal, hab ich gehört. Wie heißt denn der nochmal? Oh, ich glaube, da heißt nicht der Weisheit letzter Schluss. Und den gibt's nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Peertube. Wenn das mal nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Okay. Ja, und jede Woche gibt's da was und, äh, eventuell seht ihr das jetzt ja auch, äh, live oder in der Konserve gibt's das dann auch nochmal direkt bei mir. Genau. Und dann haben wir natürlich noch Linux-Guides. Den Herren mit der tollen Frisur. Ähm, da gibt es, äh, ganz tolle Videos zum Thema, äh, Linux Open Source. Äh, ja, eine bunte Mischung, aber so ein bisschen mehr Fokus zu, ähm, allgemeineren Themen oder, äh, eher Einsteiger-kompatibel, was ich ja überwiegend eher nicht so bitten. Ja, also schaut gerne vorbei. Und ansonsten ganz, äh, viel Werbung nochmal fürs Forum von Linux-Guides. Wir sind gerade kurz vor den 2000 Mitgliedern. Wir würden uns freuen. Das wär ganz toll. Und wo wir uns auch freuen. Warte, 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 du hast noch was vergessen. Wo wir uns nämlich auch freuen würden, wenn ihr, äh, entweder zu den Keylooks im September kommt oder, äh, online dabei seid. Und dann nochmal im November bei den Tux-Tagen. Genau. Live und vor Ort kann man uns da auch in, äh, Kiel sehen. Aber nicht anfassen. Nicht berührt. Nicht füttern. Immer eine Armlänge und so. Genau, ja. Die sind schon fett genug. Na, Spaß. So.